Versuch nur bis hier und bis dann nicht diese Seite zu gehen. Sieh gerade Leute. Du aber, was machst du? Du bekommst Verwarnung, guck mal. Der ist disqualifizierend. Aaron, weiter. Du nein, das ist nicht allowed. Das ist kein Poki, das ist amateur. Der Herd, der muss hier bleiben. Nicht da, sondern zu Gratisqualifikation. Ich sage das immer. Lass die Hände hoch machen und Arbeit. Komm. Ja, so ist das. Beweglich, beweglich. Guck mal, Aaron. Das muss richtig drehen. Wenn du das nicht drehst, willst du wieder slapen. Obwohl es kein slapen. So drehen. Ja, so ist das. Ja, so ist das. Weiter bei Christian. Oder zieh Handschuhe aus. Da, bis hier. Arbeit. Du brauchst keinen Handschuh haben. Dieser Handschuh, du darfst das nämlich als Sparling machen. Ja, das ist ein Sparlinghandschuh. Nein, das ist kein Sparlinghandschuh. Ja, nur ich habe Größe 14. Ja, der Musume sagt, der gibt die Handschuhe. Das ist zu klein. Das ist für Sandtag. Ja, wir machen einfach locker. Ich mache ganz leicht. Okay. Komm. Weiter. Weiter. Komm, Arbeit. Lass die Hände hoch. Lass die Hände hoch. Und jab. Moderne, linke Haken. Linke, lang. Lang, linke Haken. Guck mal. So. So. Ja, mit der linke. Ja. Aber lang. So ist das. Siehst du das? So ist das. Und dann dieser linke Haken. Linke Jab, linke Haken. Gott sei Dank. 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 Gott sei Dank.